Schon gehört? Was denn? Xardas und Vatras haben wieder irgendwelche Opfer am Geigenplatz aufgemischt. Das ist doch nichts Besonderes. Ein klassischer Mittwoch eben. Naja, auch wieder wahr. Ähm, ich wollte dich schon lange mal was fragen. So? Was denn? Was machst du hier eigentlich ganzen Tag am Hafen? Kümmer dich um deinen eigenen Scheiß. Warum machst du so ein Geheimnis draus? Lars! Ähm, ja Chef? Willst du mich verarschen? Warum stehst du hier rum? Bring das Ornament weg. Oder brauchst du ne Schelle? Ich geh ja schon. Und du? Verpässt dich! Ey, Vatras! Boah, Cavallon! Was willst du wieder? Verzieh dich! Hast du einen Auftrag für mich? Einen Auftrag? Ja. Kletter auf den Berg da und spring runter. Möge Adern aus dich schützen. Meinst du das ernst? Sehe ich so aus, als würde ich Scherze machen. Ich mache mich gleich auf den Weg. Was ein Trottel.